Die Remsmoor-Rundschau in 100 Sekunden Die Remsmoor-Rande der Koalitionsverhandlungen mit der CDU Jetzt da immer rumzumachen, das hat keinen Sinn Zunächst hatte das Land erwogen, die Ausgangsbeschränkung in Kreisen mit einer 7-Tage-Inzidenz von über 100 weiter von 21 Uhr abends bis 5 Uhr morgens gelten zu lassen Linienbus für Schnelltests auf dem Schorndorfer Bantelparkplatz Mit einem umgebauten Linienbus, der von Donnerstagmorgen an auf dem Bantelparkplatz steht gibt es in Schorndorf eine weitere Möglichkeit, zu einem Schnelltest zu kommen Die Hautärzte Dr. Frederik Pfeiffer und Dr. Sebastian Pfeiffer haben gemeinsam mit ihrem Bruder, dem Weiblinger Apotheker Patrick Pfeiffer den Omnibus über einen befreundeten Busunternehmer aus dem Heidelberger Raum organisiert und auf dem Bantelparkplatz einen zentral gelegenen Abstellplatz gefunden Testtermine gibt es ab sofort und dann jeweils von Dienstag bis Samstag von 8 bis 14 Uhr Entweder über die Kosan-Software des Rems-Murr-Kreises oder auch spontan, zunächst mit Handy und QR-Code bald aber auch mit handschriftlich ausgefüllten Formularen Ausführliche Informationen zu den genannten Themen finden Sie auf zvw.de Vielen Dank fürs Zuhören